Hallo, ich heiße Irina. Willkommen zu einem neuen Video. Heute trainieren wir wieder zusammen mit Veronika, hallo. Wir werden drei Blocks insgesamt haben. Weniger reden, wir starten sofort. Marschieren auf rechts. Einatmen, ein und aus. Nochmal. Tap front. Diagonal. Nochmal front. Tap up. Vier, drei, zwei, knee lift. Noch zwei. Repeater drei. Einmal noch. Und jetzt Repeater sieben. Siebenmal knee lift. Hoch, hoch, hoch. Drei, zwei, letzter. Wechseln. Sieben, sechs, fünf, vier, drei, zwei und wechseln. Noch zwei Mal. Schön hoch. Drei, zwei und wechseln. Ich ändere schon. Hoch und die letzte drei bleiben. Komm zusammen. Hoch, hinten, hoch, zurück. Drei bleiben. Nochmal so. Hoch, hinten, hoch, zurück. Drei bleiben. Ich ändere. Ich ändere die letzte drei. Du machst noch mit, Veronika, mit. Es wird hoch, Seite hoch. Komm mit. Hoch. Und jetzt die nach vorne. Ich habe schon die Arme mitgenommen. Und die vorne. Komm wieder. Und das ist schon der erste Block. Komplett. Noch zwei. Rüber. Letztes Mal. Wir sind immer noch rechts. Wir machen den ersten Block nochmal. Nur ein Stück. Noch vier. Drei. Zwei. Von vorne. Und nach hinten hoch. Und vorne tippen. 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 Wir sind jetzt. Wir fangen hier genauso wie mit dem rechten Bein. Ersten knee lift. Noch zwei. Repeater drei. Alles gut. Veronika wollte ein bisschen sparen. Noch mal repeater. Alles gut. Letztes Mal. Und jetzt sieben Stück. Sieben. Sechs. Fünf. Vier. Drei. Zwei. Und wechseln. Noch mal sieben. Und dann machen wir gleich zusammen. Drei. Zwei. Erst nach hinten. Komm. Bleib drei vorne. Noch mal sieben. Noch mal sieben. Und drei. Noch mal sieben. Und drei. Bleib drei. Letzte Änderung. Komm. Und jetzt mit Tippen nach vorne. Gleich zusammen. Noch mal. Und kipp vorne. Step up. Alles gut. Zwei nach. Von vorne. Ganzer Block. Und hoch. Und hoch. Und tief vorne. Rüber. Step up. Perfekt. Wir sind wieder rechts. Wir machen noch mal rechts links. Anfangen. Und. Und jetzt rüber. Step up. Vier. Drei. Drei. Zwei. Noch mal von vorne. Ganzer Block. Und jetzt rüber. Step up. Perfekt. Zweiter Block. Super. Noch vier Stück. Wir brauchen zwei Stomp und ein Stomp. Aufpassen. Komm jetzt. Komm jetzt. Zwei. Einer. Noch mal. Zwei. Einer. Ich ändere die ersten beiden. Öffnen. Komm mit. Öffnen. Perfekt. Letztes Mal. New Lift. Sehr gut. Und kick. Arm gleich vor. Zwei noch. Fliegen. Weg Lift. Schön nach hinten. Weg. Zwei. Noch mal kick. Zwei. Letzte. Fliegen. Von jedem eins. Und tap up. Super. Wir werden die Schritte jetzt zusammen nehmen. Zweimal. Doppelstomp. Öffnen. Einstomp. Danach sofort. Kick. Und fliegen. Es geht los. Auf. Fliegen. Perfekt. Machen wir noch mal. In vier. Drei. Zwei. Und. Kick. Fliegen. Tap up. Drei. Zwei. Letztes Mal. Basic. Wir sind auf links. Wir machen genauso auf links. Erst zwei. Ein Doppelstomp. Ein normales Stomp. In vier. Drei. Zwei. Sozusagen Verschnaufpause. Doppelt. Und. Einer. Nochmal. Und. Komm jetzt schon auf. Öffnen. Nochmal. Perfekt. Kneelift. Vier. Drei. Zwei. Komm. Kick. Vier. Drei. Zwei. Und fliegen. Lett lift back. Zwei noch. Kick. Zwei Stück. Fliegen. Davon nur eins. Kick. Und fliegen. Tap up. Weiter geht's. Ich fliege auch weg. Alle Schritte zusammen. Es geht los. Stomp. Auf. Kick. Fliegen. Tap up. Vier. Vier. Machen wir nochmal. Zwei. Und. Stomp. Und dann kick. Fliegen. Tap up. Drei. Zwei. Letztes Mal. Basic. Kick. Wir sind wieder rechts. Kleine Änderung. Ich werde mich gleich hin und zurück bewegen. Du machst mit Veronika mit. Genau das, was wir gerade geübt haben. Mit Tap up. Okay. Zweiter Block. Zweiter Block. Da gehen wir rüber gleich. Dann kick. Und zurück fliegen. Tap up. Gut. Wenn du möchtest, kannst du gerne mitmachen. Du kommst dabei. Einer. Und. Auf. Rüber. Und kick. Und fliegen zurück. Tap up. Probe war gut. Jetzt nochmal. Vier. Drei. Zwei. Out. Und rüber. Und kick. Und zurück fliegen. Tap up. Klasse. Einmal noch. Basic. Wir sind links. Genauso. Erstmal, was wir schon geübt haben. Dann gehen wir rüber. Block vier. Drei. Zwei. Und stop. Doppel. Doppeln. Kick. Und fliegen. Tap up. Du kannst es natürlich so machen. Oder mit uns gleich rüber kommen. Zweiter Block. Und. Rüber. Und kick. Und fliegen. Tap up. Perfekt. Machen wir natürlich nochmal. Es geht los. Rüber. Kick. Und fliegen. Das ist der zweite Block. Wir machen nochmal den ersten. Okay. Aber noch drei. Zwei. Letzter. Basic. Wir fangen mit rechts. Da war Knie. Vorne, hinten. Mit Gehen. Und dann nach vorne. Okay. Erster Block. Rüber. Tipp. Tap up. Wir sind links. Nochmal nur erster Block. Vier. Drei. Zwei. Knie. Nach hinten. Knie. Und dann rüber. Tipp up. Zweiter Block. Quadraten eben. Stamm. Doppelt. Vier. Drei. Zwei. Und doppelt. Rüber. Kick. Hopp. Und wieder zurückfliegen. Tipp up. Drei. Letztes Mal. Basic. Und. Aus. Rüber. Kick. Fliegen. Step up. Drei. Letztes Mal. Wieder Basic. Wir sind wieder im rechten. Auf dem rechten Bein. Okay. Jetzt erster und zweiter zusammen. Ne? Alles klar. Knie zuerst. Vier. Drei. Zwei. Und die Lift. Nach hinten. Rüber. Aufpassen. Zweiter Block. Auf. Rüber. Und kick. Und fliegen. Tipp up. Links. Super. Genauso auf links. Lass noch ein bisschen Verschnaufpause haben. Lass. Noch vier. Drei. Zwei. Von vorne. Eins. Und rüber. Zweiter Block. Auf. Wechsel. Rüber. Und kick. Und fliegen. Tipp up. Sieht doch gut aus. Machen wir zweimal noch. Erst auf rechts. Pause. Auf links. Pause. Vier. Drei. Zwei. Und die Lift. Nach hinten. Rüber. Tipp. Zweiter Block. Lassen. Rüber. Kick. Und fliegen. Tipp up. Klasse. Nochmal auf links. Eins. Schön. Hüfte vorne. Vier. Drei. Zwei. Anfang. Knie. Hoch. Und rüber. Zweiter Block. Öffnen. Rüber. Kick. Und fliegen. Tipp up. Perfekt. Wir sind wieder rechts. Wir brauchen. Jetzt kommt drüter Block schon. Ganz easy. Und zwar. Wir brauchen drei Stück Doppelstomp. Jetzt. Eins. Zwei. Nochmal. Hinten. Wieder. Eins. Zwei. Drüte. Ich ändere die ersten zwei. Das kommt Seite. Warte. Nochmal. Drüter bleibt. Hinten. Komm mit. Ich nehme schon die Arme mit. Einfach nach außen. Drüter bleibt. Nochmal. Ich ändere den Lackstand. Es wird ein Tango sein. Komm mit. Das war zu schnell. Tango. 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 Das ist der ganze Block. Das war echt schnell. Lass uns mal. Basic hoch. Wir sind links. Wir machen genauso. Erstmal drei. Normale Doppelstomp. Vier. Drei. Zwei. Einer. Zweiter. Letzter. Beim Hinten. Nochmal. Und einer. Zweiter. Letzter. Komm schon mit. Zur Seite. Und einer. Zweiter. Dritter bleibt. Nochmal. Okay. Tango jetzt. Oben. Und komm mit. Machen wir noch zwei Stück. Oben Tango. Seite. Mach schöne große Schritte, wenn der Platz zulässt. Tepa. Hopp. Perfekt. Das war drei. Nochmal Erinnerung. Eins. Zwei. Und dann kommt der dritte dazu. Nur eins. Zwei. Vier. Drei. Zwei. Und Knie. Und kipp rüber. Doppelstomp auf. Rüber. Kick. Und zurückfliegen. Tepa. Doppelstomp. Aus. Nach hinten. Rüber. Kick. Und fliegen. Tepa. Alles klar. Wir nehmen jetzt auch den dritten Schritt. Dritter Block. Doppelstomp zur Seite und Tango. Noch nicht. Letztes Mal. Erst Basic. Wir fangen mal mit rechts. Das ist irgendwie passend. Okay. Auch kleine Verschnaufpause ist auch nicht schlecht. Vier. Drei. Zwei. Knie. Erster Block. Doppelstomp. Rüber. Tipp. Zweiter Block. Öffnen. Rüber. Kick. Fliegen. Tepa. Links. Nochmal eins. Zwei. Nur kleine Erinnerung. Der dritte ist ja klein. Noch vier. Drei. Zwei. Erster Block. Und dann rüber. Doppelstomp auf. Rüber. Kick. Fliegen. Tepa. Rechts. Alle drei zusammen. Juhu. Ganz um vorne. Mit Tepa auch. Schön zur Musik. Es geht los. Ach, das passt doch. Und rüber. Doppelstomp auf. Rüber. Kick. Fliegen. Zur Seite. Und Tango. Tepa. Längst. Machen wir genauso wieder. In vier. Drei. Zwei. Knie. Erster Block. Und das macht doch Spaß. Und dann noch zur Musik. Doppelstomp auf. Rüber. Kick. Fliegen. Seite. Und oben. Tango. Tepa. So, meine Lieben. Keine Pausen mehr. Finale. Da kommen wir nicht drum rum. Ist auch gut so. Spannung im Bauch. Schön vorbereiten. Vier. Drei. Zwei. Es geht los. Erster Block. Rüber. Rüber. Zweiter. Rüber. Kick. Fliegen. Dritter Block. Auf. Tango. Aufpassen. Vorn, vorne, links. Rüber. Zweiter Block. Rüber. Auf. Kick. Fliegen. Seite. Und oben. Tango. Auf rechts. Hoch. Hoch. Seite. Zweiter Block. Rüber. Kick. Fliegen. Seite. Auf. Tango. Mit links. Erster Block. Jetzt. Juhu. Zweiter Block. Rüber. Kick. Und fliegen. Seite. Tango. Machen wir noch mal. Machen wir noch mal. Auf rechts. Schön fest. Tief rüber. Zweiter Block. Ja. Rüber. Kick. Fliegen. Seite. Und. Dritter Block. Tango. Und. Und nochmal von vorne links. Letzte Runde. Vorne. Tief. Zweiter Block. Auf. Rüber. Und. Und wieder zurück. Seite. Auf. Perfekt. Und Tango. Wir haben es. Wuhu. Sehr schön. Klasse. Kleines Cooldown. Marschier. Auf rechts. Genau. Wir sind echt weggeflogen. Okay. Vier. Drei. Zwei. Der Front. Zieh das Bein. Ganz lang. Vier. Drei. Zwei. Auf die Ferse. Klasse. Vier. Drei. Zwei. Bleib mit rechter Ferse oben. Po nach hinten. Oberkörper. Geh tief. Hoch. Tief. Hoch. Noch zwei. Bleib unten. Fuß ran. Flex. Schulterblätter schön zusammen. Spannung im Bauch. Klasse. Vier. Drei. Zwei. Wir gehen vorsichtig hoch. Hoch. Rechte Ferse nach unten. Linke Ferse nach unten. Sorry. Wir gehen hoch und tief. Und hoch. Tief. Das ist ja mein rechtes Bein. Aber dein linkes. Zwei noch. Bleib jetzt unten. Schön tief. Wadedehnen. Hüfte vorne. Hüfte vorne. Bauchspannung. Schulterblätter zusammen. Schulter weg von den Ohren. So ist gut. Vier. Drei. Zwei. Wir gehen runter. Und bleiben mit der Ferse oben. Und dann Oberkörper. Tief. Hoch. Tief. Hoch. Zwei noch. Bleib unten. Schön hoch. Flex. Jetzt. Vier. Drei. Zwei. Wir gehen vorsichtig nach oben. Jetzt ist rechte tief. Und hoch. Tief. Hoch. Noch zwei. Und bleib jetzt unten. Hüfte vorne. Spannung im Bauch. Schulter hinten. Vier. Drei. Zwei. Komm jetzt ganz nach unten. Arme öffnen. Schließen. Öffnen. Schließen. Einmal öffnen. Bleib hier. Komm nach oben. Sei ganz groß. Aus. Und fallen lassen. Locker. 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 Auch der Kopf ist ganz locker. Und jetzt schön Wirbel für Wirbel den Rücken aufrollen. Kopf kommt zuletzt. Schulter locker. Ja. Und schön auf einzeln. Ganz entspannt. Und auflockern. Super. Wir haben es geschafft. Klasse. Ich hoffe, es hat dir Spaß gemacht. Und wir haben uns gefreut, dass du auch mitgemacht hast. Bei unserem Training, oder? Auf jeden Fall. Wenn es dir gefallen hat, lass Daumen oben. Abonniere den Kanal. Dann verpasst du auch die nächsten Videos von uns oder von mir. Kommt drauf an, wie es sein wird. Mal schauen. Aber ich wünsche oder wir wünschen dir auf jeden Fall viel Gesundheit. Und bis nächstes Mal. Tschüss. 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 Untertitelung des ZDF, 2020